Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird. Ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird. Ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben wird. Ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss. Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Nicht physisch in einem Raum, sondern treffen uns virtuell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir versuchen es. Wir geben uns ein bisschen. Wir sehen uns ja dabei auch. Aber ja, im Umkreis gibt es Corona und deswegen ist es besser, wenn wir das dieses Mal so machen. Und solltet ihr nach drei Folgen schon treue Hörer von Flurfunk-Geschichte sein, dann habt ihr womöglich in der vergangenen Woche unseren Podcast vermisst. Oder sind es schon zwei? Schon Zeitgefühl verloren. Wenn es online geht, sind es wahrscheinlich schon zwei Wochen. Dann sind es womöglich schon zwei Wochen, die ihr auf eine Folge wartet. Wir haben ja zumindest bei Facebook und Twitter und auf unserer Website kommuniziert. Wieso? Denn wir hatten ja eigentlich zwei, wir haben sogar zwei Folgen noch vorbereitet seinerzeit, um etwas Zeit zu haben, uns noch weitere Themen zu überlegen. Und die Folgen haben wir jetzt aber irgendwie erstmal auf Eis geschoben. Wir dachten jetzt, angesichts dessen, was gerade in Europa passiert, ist es komisch, wenn wir jetzt einfach da so weitersenden, als wäre da alles normal. Und haben sozusagen ein Habsburger Liebespaar, das wir gerne sozusagen im Anschluss an Onkel Leopold ausgestrahlt hätten, jetzt erstmal auf die Wartebank geschoben, um uns einem aktuellen Thema zu widmen. Nämlich dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem Krieg, der nun jetzt schon zwei Wochen tobt. Mitten in Europa. Und der Text, den ich jetzt zum Eingang gelesen habe, der stammt von Karl Schlögl. Ist dir Karl Schlögl schon begegnet? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, weil der ist nämlich momentan tatsächlich relativ präsent in Rundfunk und Fernsehen, so als Osteuropa-Experte. Was schon bemerkenswert ist, weil er, wenn er hier schreibt, dass die Ukraine nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden wird, dann geht es in dem Buch, aus dem das stammt, von 2015, erst mal vor allem darum, dass er so selbst reflektiert darüber, dass er mit ukrainischer Geschichte sich eigentlich wie die meisten sehr wenig beschäftigt hat. Und das sagt er nämlich auch noch dann wie folgt, etwas später. Ich musste feststellen, dass man sich ein Leben lang mit dem östlichen Europa, mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt haben konnte, ohne eine genauere Kenntnis von der Ukraine besitzen zu müssen. Und ich erwähne das deshalb so ausführlich, weil ich bei diesem Mann studiert habe und das jetzt natürlich immer ganz interessiert zuhöre und zuschaue, wenn er auftaucht mit den Kommentaren zu dem Geschehen in der Ukraine. Aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum es mir dann genauso geht. Also wenn mein Professor sozusagen immer nur über Russland geredet hat und die Ukraine dann quasi so mitgemeint war, ja, dann geht es mir natürlich genauso und wahrscheinlich aber auch den meisten Leuten. Denn das ist natürlich so das, woran das da krankt in der Wahrnehmung, dass wir eigentlich immer so die Ukraine so quasi als Wurmfortsatz von Russland sehen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir noch auf die Sowjetunion zurückgucken, als großes Ganzes, auf das Zarenreich dann im Zweifel auch noch. Und auf den Zerfall der Sowjetunion, dass da sozusagen vielleicht auch Staaten auseinandergefallen sind, die doch eigentlich zusammengehören. Und das ist auch ungefähr so das, was der jetzige russische Präsident immer zu empfinden scheint, der sich offenbar in letzter Zeit intensiv als Historiker betätigt und da seine ganz eigene Geschichtssicht sehr ausführlich darlegt. Und ja, ich finde, wir müssen nicht unbedingt jetzt darauf eingehen, auf diese Geschichtsvorlesung, die da gehalten wurde, um den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Und der hat übrigens ganz ähnliche Vorlesungen gehalten, auch 2014, 2015, als es um die Krim ging. Und zwischenzeitlich wurde sogar noch ein Essay von Dr. Putin veröffentlicht, der dann ungefähr die gleichen Argumente enthält. Und wir werden ja die ursprüngliche Idee, wir war ja, wir gucken uns das an und nehmen das auseinander. Aber ich finde, so viel Aufmerksamkeit hat er jetzt gar nicht verdient, sondern dass wir einfach auf unsere Weise uns jetzt mal versuchen, der Ukraine anzunähern und dabei den russischen Blick sozusagen hinten anstellen. Aber sozusagen der Haupttopos, den es natürlich in der Darstellung immer gibt, ist die Idee von Brudervolk. Das taucht auch jetzt immer wieder auf. Und also auf beiden Seiten, glaube ich, gibt es dieses Empfinden als Brudervolk. Wobei es immer um den Großen und den Kleinen Bruder geht. Und es drückt sich auch lange Zeit in den Bezeichnungen für die verschiedenen Gebiete aus, wenn man über Großrussland und Kleinrussland sprach. Und es gibt ein wunderbares Buch, wenn man sich jetzt im Zuge der Nachrichten, die man guckt, sich nicht nur auf die Nachrichten konzentrieren möchte, sondern ein bisschen mehr über Hintergründe erfahren möchte. Ein wunderbares Buch von dem wahrscheinlich einzigen Ukraine-Experten im deutschsprachigen Raum, nämlich Andreas Kappeler. Und es heißt Ungleiche Brüder Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das ist auch das, was ich jetzt natürlich zur Hilfe genommen habe, um nochmal ein bisschen fundierteres Wissen zu gewinnen, bevor wir uns hier heute treffen. Und trotzdem habe ich es nicht ganz geschafft, natürlich. Aber der hat sozusagen auch ein Kapitel nochmal über dieses Bild der Brüder, die man durchaus so nehmen kann, dass die beiden sozusagen ungleiche Brüder sind. Und das ist natürlich, er ist nicht der Erste, der das jetzt genauer so analysiert, sondern da gibt es dann zum Beispiel Leute, die er zitiert auch, wie Dmitri Fuhrmann, der dann eben schon, das ist ein russischer Politologe, der 1997 auch über diesen Bruder-Zwist sich geäußert hat und natürlich betont, dass natürlich Streit in der Familie dann vielleicht im Zweifel noch mehr eskaliert. Russen und Ukrainer streiten wie andere Brüder um ihre Vorfahren, um das Erstgeburtsrecht, um das Erbe, darum, dass der Ältere den Jüngeren als ebenbürtig anerkennt und aufhört, ihn zu bevormunden und umgekehrt, dass der Jüngere nicht vergisst, dass er der Jüngere ist und sich nicht so viel herausnimmt. Und ja, das spiegelt viel von dem wieder, glaube ich, was man dann auf politischer Ebene in den letzten Jahren gehört hat, mitverfolgen konnte. Und es gibt sozusagen ja das, was diese Brüder verbindet, das sind die Sprachfamilie, das ist das, worüber wir dann gleich sprechen werden, die Ursprünge der Kiewer Russ, das ist der Glaube, der Orthodoxie und natürlich die gemeinsame Geschichte im Zarenreich und in der Sowjetunion. Und Kappeler bringt dann noch das Bild von den Halbbrüdern. Das wären sozusagen dann die Westukraine, die über Jahrhunderte von Polen und Litauen beherrscht wurde und ein Teil anderer Geschichte und Prägung erlebt hat. Oder eben auch Belarus, das natürlich auch den Ursprung teilt und dann aber einen anderen Weg gegangen ist. Ja, und dann gibt es noch den bösen Cousin. Das ist das schon erwähnte Polen sozusagen, das dann eben eine wesentliche Rolle spielt. Ja, und ich fand es noch ganz interessant mit den Großrussen und den Kleinrussen. Das ist natürlich dann so konnotiert, der große Bruder und der kleine Bruder. Und dass der große Bruder dem Kleinen natürlich sagt, wo es jetzt hier lang geht und wie er sich zu benehmen und zu verhalten hat. Aber die ursprüngliche Idee, das war mir gar nicht klar, von Großrusse und Kleinrusse, Kleinrussland, ist die Entfernung zu Konstantinopel. Also der kleinrussische Bruder ist eigentlich so der Wichtigere, weil der ist nämlich näher dran an dem Zentrum der orthodoxen Christenheit, an dem Patriarchen von Konstantinopel, während der große Russe sozusagen im großen Raum, in der größeren Entfernung sitzt. Also Klein bezog sich auf kleinere Entfernung. Und ja, diese Bedeutung für Orthodoxie und Kirchensitz, und den Glauben, der wird natürlich heute auch immer wieder eine große Rolle spielen. Und vielleicht muss man noch eine Sache klären. Sprachlich, das für uns oder für die meisten Leute in Deutschland wahrscheinlich verwirrend ist, ist das mit dieser Rus und Russland. Das schmeißen wir dann alles gerne in einen Topf. Aber das sind sozusagen unterschiedliche Begriffe, die es im Russischen eben heute auch gibt. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Ruski und Rassiski oder Ruskiye und Rassianie. Also das eine sind sozusagen die ethnischen Russen. Und das andere sind die Einwohner Russlands. Also die zugehörig sind zu dem Herrschaftsbereich, wenn man so will. Ja, und deswegen gibt es auch die Rus, so wie die Kiewer Rus. Und es gibt Rassia, also den russischen Staat, das Imperium, wenn man so will. Also in der entsprechenden Literatur, deutschsprachigen Literatur über russische Geschichte wird es dann immer versucht auszudrücken mit russisch und russländisch. Also man sagt dann üblicherweise nicht die russische Föderation, wie das normalerweise übersetzt wird, sondern eben die russländische Föderation. Um das so ein bisschen auszudrücken, diesen Unterschied zwischen Ethnie und zu sagen, also wenn man so will, Nationalität und Staatsbürgerschaft. Oder diese zwei Dimensionen irgendwie klarzumachen. Und es gibt sozusagen diesen etwas altertümlichen Begriff für die, nicht Russen, sondern sagen wir mal historisch die Rusen. Also alle, die irgendwie aus diesen Bereichen der Rus kamen. Dass die eben lange eigentlich so bis zum Zarenreich bei uns oder bis zum 20. Jahrhundert sagen wir mal so als Routenen bezeichnet wurden. Damit kann heute sicher auch nicht mal mehr was anfangen. Und wo das jetzt alles herkommt, da vertraue ich jetzt voll auf meine Kollegin Zornweig, die ja Mediwistin ist. Also ich kann ja immer mich zurückziehen und sagen, ich habe ja gar nicht Geschichte studiert. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert. Und da krankt es natürlich manchmal daran, dass man jetzt hier nicht grundständig einmal komplett die ganze Geschichte eines bestimmten Raums durchgearbeitet hat. Wie ist es denn bei dir mit der Epoche des Mittelalters? Du hast, das wissen jetzt unsere Hörer noch nicht, weil wir die Folge noch nicht ausgestrahlt haben. Also das werdet ihr demnächst dann hören. Zornweigs genaue Definition, was eigentlich Mittelalter bedeutet. Aber hast du in deinem Studium, dich außer mit Staufern, auch mal mit Rurikiden beschäftigt? Mit Rurikiden? Mit Rurikiden und Varägern? Tatsächlich ja. Aber nicht in meinem Mittelalterstudiengang. Das fand ich eben ganz interessant. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen. Wir haben ja unsere Folgen mit ein bisschen Vorlauf produziert schon. Und ich weiß noch, dass ich das letzte Mal saßen wir zusammen und wir haben über Mittelalter gesprochen und wie spätere Zeiten das Mittelalter genutzt haben, um ihre Gegenwart zu legitimieren. Und jetzt kommen wir wieder zusammen, um darüber zu reden, wie andere Epochen ihre Vergangenheit benutzen, um Gegenwart zu legitimieren. Und da hatten wir auch schon über die Kiewer-Rus gesprochen. Das ist mir hängen geblieben. Echt? Ich kann mich daran erinnern. Du hattest mich darauf angesprochen, ob die Kiewer-Rus beinhalt oder behandelt werden in der Medivistik. Und da musste ich dir schon sagen, nein. Zumindest nicht von klassischen Medivisten, die sich vor allem auf Westeuropa fokussieren, sondern die Kiewer-Rus sind für diejenigen von Interesse, die Osteuropa-Studien betreiben und für Leute, die Byzantinistik betreiben. Und ich habe tatsächlich in meinem Studiumgang, im Bachelorstudium aus Interesse, ein paar Byzantinistik-Seminare besucht. Und da gab es dann tatsächlich auch ein Seminar zu den Kiewer-Rus und zu der Idee des Dritten Roms, worüber wir heute dann auch sprechen werden, was ich jetzt ganz spannend fand, diese Themen wieder rauszuholen für heute. Das ist aber auch so ein kleiner Disclaimer. Ich bin, wie gesagt, Medivistin. Ich meine, Fähigkeiten liegen nicht in Osteuropa. Aber das heißt, aus deiner Definition von Mittelalter war Osteuropa nicht mit drin. Genau. Das liegt daran, weil… Also wir haben nämlich letztens, das werdet ihr dann noch hören, das ist ein bisschen komische Situation hier. Ja. Das werdet ihr dann noch hören, da habe ich nicht dran gedacht, dann hätten wir natürlich das als Vorlauf veröffentlichen können, da Solveig meinte, Mittelalter ist nicht nur eine zeitliche Epoche, sondern auch eine räumliche. wo man dann sozusagen, zumindest aus unserer Perspektive, Osteuropa quasi, die haben andere Epochen. Die haben andere Epochen und vor allem haben sie auch eine andere Sprache und da können wir vielleicht dann auch jetzt zu den Kiewer. Aber die Franzosen auch, trotzdem dürfen die dabei sein bei unserem Mittelalter. Ja, aber die reden ja Latein. Stimmt. Das ist es ja. Ach, Latein meinst du? Latein ist die Sprache. Ich muss recht, dass wir Latein sprechen. In den Quellen schon. Und die Kiewer-Rus, vielleicht kommen wir dann zu dem Thema. Also wie gesagt, ich musste mir das auch alles nochmal anlesen. Ich bin da keine Expertin. Das heißt, wenn mir hier irgendwelche Fehler unterlaufen, tut mir das leid. Und man wird schon daran feststellen, dass ich es nicht kann, weil ich die Namen nicht richtig aussprechen kann. Dabei kann ich dir dann helfen. Also meine Sprache ist definitiv nicht Latein, aber mit Russisch habe ich kein Problem. Genau, da ergänzen wir uns sehr gut. Das habe ich schon in der Vergangenheit immer erfahren können. Genau, wenn wir zu den Kiewer-Rus kommen, das ist im Grunde die Bezeichnung für die Gruppe, die dort lebt, was wir heute mit der Ukraine, Weißrussland und zum Teil auch das westliche Russland so bis auf der Linie von Moskau bezeichnen können. Dort haben sie gesiedelt. Und ich finde das ganz spannend mit den Kiewer-Rus. Die kommen ja nicht einfach so, die sind nicht einfach da. Und bis heute ist es auch in der Wissenschaft nicht so ganz sicher, wo die eigentlich ursprünglich hergekommen sind. Denn dieses Gebiet... Da gab es vorher keine Leute, oder? Ja, doch schon, aber dieses Gebiet dort ist sehr stark von Migration beherrscht worden. Das erste Mal tauchen dort oder Beschreibungen von Menschen nördlich des Schwarzmeerraums finden wir bei Herodot 500 vor Christus schon. Und er beschreibt da die Sküten, die er als für ihn barbarisches, also nicht griechisches Reitervolk beschreibt. Und es gibt archäologische Untersuchungen von diesen Sküten. Die wandern aber ab, als dann im so grob dritten, vierten Jahrhundert die Goten kommen, wo auch da bis heute nicht ganz klar ist, wo die Goten jetzt eigentlich herkamen. Also da gab es auch lange die These, dass die aus Skandinavien stammen. Das ist mittlerweile, wird es hinterfragt. Dann kommen im fünften Jahrhundert die Hunnen, die die Goten vertreiben. Und dann gehen die Hunnen auch wieder weg, nachdem Attila an einem Blutsturz verstorben ist. Und irgendwie kommen dann, nachdem die Hunnen und die Goten dort nicht mehr leben, die, ja die Rusen dorthin. Und auch da ist es eben nicht ganz klar, wo sie herkommen. Es gibt die These, dass sie da irgendwo in den Waldwäldern und Wiesen schon gelebt hätten. Wo ist denn das jetzt für Bilder her? Ich weiß es auch nicht. Man liest das und denkt sich. Sie sind jetzt vom Baum runtergekommen. Ja, genau. Und sie haben gesiedelt. Dass sie da irgendwie auf Bäumen gehaust haben, während die Hunden da gelebt haben. Nein. Also es gibt eben diese, die These, sind sie eben autochton oder nicht autochton? Und das bedeutet, sind sie dort immer schon gewesen oder sind sie eingewandert? Und man geht davon aus, dass sie eingewandert sind und zwar über den Balkan. Aber wo sie da vorher herkam, weiß man auch nicht. Und das ist so typisch. Wir befinden uns eben jetzt hier im 5. Jahrhundert nach Christus, also ganz klar in der sogenannten Völkerwanderungszeit, wo ja viel migriert wurde. Und auch da weiß man eben nicht, sind diese Rusen, ist das eine ethnische Gruppe, die wandert zusammen? Oder sind das verschiedene Ethnien, die sich auf dem Weg treffen und eine eigene Identität Ich glaube, man sollte einfach über bestimmte Epochen so den Vorhang des Schweigens breiten. Und der Grund, warum ich das eben jetzt hier so ausführlich erzähle, ist, um klarzumachen, man weiß eben sehr, sehr wenig über diese Rus. Und man weiß nicht genau, wo sie herkommen. Und es scheint eben tatsächlich, dass das verschiedene Ethnien waren, die hier zusammengekommen sind. Und es gibt nicht diese reine Ethnie, die in das eine Gruppe irgendwie dahin gewandert ist, sondern das waren verschiedene Gruppen, die sich dann eben entschieden haben, dort zusammen zu leben. Gilt das nicht für uns alle? Ja, genau. Aber im Zuge von steigendem Nationalismus und Geschichtsvereinnahmung möchte ich das nochmal betonen, dass das eben alles nicht so einfach ist. Und um es noch komplizierter zu machen, jetzt haben wir eben ab dem 5. Jahrhundert ungefähr eine Gruppe, die dort lebt, eine eigene Identität entwickelt. Und jetzt kommen so im 8. Jahrhundert auch noch die Wikinger dazu. Denn die Wikinger expandieren ja gerade im 8. Jahrhundert. Die sind, ja, die kommen in die Normandie, die kommen nach Paris und sie kommen auch nach Konstantinopel. Und unterwegs auf ihrem Weg den Don hinab, um nach Konstantinopel zu kommen, siedeln sie auch dort, wo eben diese Rus sich angesiedelt haben. Und erobern Gebiete scheinbar. Und das bedeutet, also hier haben wir jetzt nochmal einen weiteren ethnischen Einfluss, wenn wir ihn so bezeichnen möchten. Nämlich die Wikinger, die dann aber eben jetzt hier nicht Wikinger genannt werden, interessanterweise. Sondern man spricht von den Varegern. Manchmal auch von den Normanen. Genau. Deine Lieblingsfamilie. Weil die Normanen sind eben die Wikinger, die in Nordfrankreich sich ansiedeln und dort die Normandie gründen. Okay, ich weiß. Aber die gehen ja noch weiter noch. Genau, aber ich wollte es auch nur nochmal für unsere Zuhörer nochmal klarstellen, dass das unterschiedliche Leute sind. Und bei diesen Varegern ist es eben ganz interessant. Die schaffen es eben tatsächlich nach Konstantinopel und stellen dort auch die, fast also im Grunde die Leibwache der byzantinischen Kaiser. Das sind dann immer so die Varega-Garden. Also da hat man eben diesen Begriff auch. Und jetzt kommen wir tatsächlich aus dieser grauen Vorzeit, wo ich von Jahrhunderten und vielleicht und eventuell spreche, tatsächlich das erste Mal, dass wir diese Kiefer-Rus mit Namen und Daten fassen können. Zumindest einigermaßen ist es ja 862, wo wir nämlich den Herrn Rurik haben. Und da kommen wir nämlich zu den Rurikiden, von denen du eben schon gesprochen hast. Und dieser Rurik hat zwei Brüder und stammt selbst von den Varegern ab. Und jetzt wird es schon wieder ein bisschen ungenauer, denn diesen Rurik und seine Brüder, da gibt es nicht so richtig wirklich Hinweise, dass es ihn wirklich gegeben hat. Den einzigen Hinweis zu ihm haben wir aus der Nestor-Chronik. Das ist so die einzige Quelle aus der Zeit, die aber auch deutlich später erst aufgeschrieben wurde und auch sehr darauf hinzielte, eine gemeinsame Identität zu schaffen und nicht unbedingt die verlässlichste Quelle ist. Sie wird aber immer wieder herangezogen, weil es eben die einzige ist. Und eben Nestor schreibt in dieser Chronik von dem Rurik, der eben angeblich von diesem Rus gerufen worden sei. Es gab da Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen und die sollten jetzt dadurch beseitigt werden, dass man einen Externen holt, der dann für sie regiert und das befriedigt und befriedigt, befriedigt vielleicht auch. Und das ist dieser Rurik und auf die berufen sich dann eben auch später alle Herrscher über die Kieferus und dann auch die Moskowiter, weil diese Dynastie eben erhalten bleibt bis, ich weiß es gar nicht, ich glaube bis zum Schluss. Wie die Rurikiten? Ja, bis die Romanos kommen, oder? Ja gut, dann gibt es da so ähnlich wie im Westen dieses, wir sagen Interregnum. In Russland ist es die Zeit der Wirren und dann kommen die Romanos und dann wird alles wieder gut. Ah, natürlich. Und dieser Rurik herrscht auch zunächst in Novgorod, das ist so die älteste Stadt, das älteste Herrschaftsgebiet, das wir eben greifen können, der Kieferus. Und 20 Jahre nachdem er dort eben zum Großfürsten berufen wurde, verlegt er schon die Hauptstadt von Novgorod nach Kiew. Und warum tut er das? Weil Kiew so nah an Konstantinopel liegt. Also da wird eben tatsächlich schon dieser Bezug auf Konstantinopel, die du ja eben schon angesprochen hast, deutlich, dass man ihr eben versucht, näher an das Zentrum des Handels und der Politik in dem Raum und der Religion auch zu kommen. Obwohl die selber noch gar nicht christlich sind. Das passiert erst später, nämlich unter der Großfürstin Olga, die übernimmt nämlich 945 die Herrschaft für ihren Sohn. Und da kommen wir nämlich zu den Namen, die ich nicht so gut aussprechen kann. Und Olga orientiert sich eben sehr stark Richtung Konstantinopel und zwar auch so weit, dass sie zehn Jahre später 955 zum orthodoxen Glauben konvertiert in Konstantinopel. Also sie lässt sich tatsächlich in Konstantinopel taufen, wo wir eben schon ganz klar diesen… Es gab doch noch dieses Auswahlverfahren, oder? Dieses Auswahlverfahren? Ja, ich erinnere mich jetzt gerade nicht, welcher Fürst das war, der da sich sozusagen so eine Dreiergruppe eingeladen hatte, die ihm mal ihre Religion vorstellen. Weißt du, wer das war? Nee, ich kenne die Geschichte, aber die ist leider nicht so echt. Nein, aber die ist doch toll. Die ist wahnsinnig toll. Fällt mir halt der Name gerade nicht ein, weil ich mich so verlassen habe auf deine Vorbereitungsintensität hier, dass er sich da irgendwie, keine Ahnung, einen Katholiken, evangelischen gibt es ja noch nicht, einen orthodoxen und ich weiß nicht, wer noch Muslim wahrscheinlich eingeladen hat, um zu gucken, welche Religion denn vielleicht am interessantesten wäre. Keine Ahnung, wen er bis dahin angebetet hat. Und sich dann entschieden hat, die Orthodoxen haben die schönsten Kirchen oder die, keine Ahnung, sind am attraktivsten oder Konstantinopel, finde ich, am besten. Mit denen möchte ich mich gut verstehen und wir nehmen das. Also es wird wahrscheinlich Wladimir gewesen sein, der hat nämlich dann, der ist tatsächlich endgültig zum orthodoxen Glauben übergetreten. Genau, dann ist das diese große Taufe der Kieweru. Ja, aber der Grund, warum ich Olga noch eingebracht habe, ist, weil sie eben die Erste ist, die diesen Bezug schafft und das ist jetzt eben nicht unbedingt, also wir lesen immer von Taufen, vor allem im Frühmittelalter. Das Land wird getauft. Das Land wird getauft. Das ist nicht unbedingt so zu sehen, dass sie wirklich jetzt überzeugte Christen sind und anerkannt haben, dass Jesus Christus ihr Herr und Erlöser ist, vielleicht auch, aber das hat auch viel mehr damit zu tun, dass sie sich dadurch Handlungsräume eröffnen, Handelsräume. Politische Entscheidung, könnte man sagen. Genau. Und das ist eben ganz interessant, die Polen machen das auch und die Polen konvertieren eben bewusst nicht zum orthodoxen Glauben, sondern zum katholischen Glauben. Das ist eben auch ganz interessant, für wen sie sich da entscheiden. Und Olga ist, wie gesagt, Regentin. Ihr Sohn übernimmt später die Herrschaft und er macht das auch sofort wieder rückgängig. Also er schafft den Glauben wieder ab und kehrt auch zur slawischen Religion zurück, von der wir eben leider auch nicht viel wissen, wie die jetzt ausgesehen hat. Wir haben wahrscheinlich so einen ähnlichen Aufbau gehabt, wie wir auch. Ja, also da… Jemand für Donner, jemand für Liebe, jemand für den Krieg. Also da gibt es eben auch immer so Überlegungen, wie die slawische Religion aussah, aber da gibt es eben auch keine wirklichen sicheren Hinweise für. Auf jeden Fall, Svatoslav macht das eben rückgängig. Und, ähm, genau, erst dann 988. Der Sohn von Svatoslav, das ist eben dieser Wladimir, der tritt dann tatsächlich endgültig zum orthodoxen Glauben über. Und was tut er? Das ist das Beste, passt so schön in unser Thema hinein. Er heiratet. Er heiratet. Und weißt du, wen er heiratet? Bestimmt hat er sich eine Prinzessin aus Konstantinopel geahnt. Ja, und das Beste, das ist… Das finde ich schon ein Hammer, oder? Ja, vor allem bei… Dass die aus Konstantinopel jetzt Richtung Kiew sich… Weißt du, welche Prinzessin er bekommen hat? Er hat Anna bekommen. Anna Porphyrogenita. Die haben normalerweise etwas komplizierteren Namen, oder? Nee, die Frauen in Byzanz nicht. Er hat Anna bekommen. Und das Krasseste ist, Otto I., Kaiser der Römer im Westen, hat Anna Porphyrogenita angefragt für seinen Sohn. Oh nein! Und hat sie nicht bekommen. Nein, nein, nein. Der Kaiser hat gesagt, du kriegst die nicht. Du bist nichts wert. Ach so. Zu Otto? Zu Otto. Und er hat ihr dann ja diesen Nichte hingeschickt, Theophanou. Ja. Und gesagt, du kriegst hier die Nichte. Und Anna hat sie ja nach Kiew geschickt. Ist ja der Hammer. Das muss man sich mal klar machen. Die Kiewerus kriegen die Purpurgeborene. Und Otto der Große kriegt nur die Nichte. Die nicht mal Purpurgeboren war. Krass. Aber das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass der halt so einen verwässerten Glauben hat im Westen. Und dass der halt sich auch Kaiser nennt, wo doch eigentlich der echte Kaiser halt in Konstantinopel sitzt. Also den muss man jetzt nicht auch aufwerten. Genau. Also man hätte da tatsächlich eben diesen Kaiseranspruch von Otto unterstützt, was die Byzantiner grundsätzlich abgelehnt haben. Und was auch noch dazu kommt, dass ja die Kiewerus militärische Unterstützung gegen die Bulgaren geschickt haben, die dort für Byzanz ein Problem wurden. Und das ist dann eben auch der Moment, wo dann auch diese Verbindung von Konstantinopel und den Kiewerus immer worauf sich zurückbezogen wird. Weil eben gesagt wird, dass auch mit Anna byzantinische Architekten gekommen sein und dort in Kiew eben die byzantinische Bauweise mitgebracht wurde, die byzantinische Kultur mitgebracht wurde. Und eben dort eben die byzantinische Kultur eingeführt wurde. Ja, zur gleichen Zeit, beziehungsweise ein bisschen früher haben wir ja auch schon die Missionare Kyrill und Method, die dort hingeschickt werden und die kyrillische Schrift entwickeln, was ich eben auch ganz interessant finde. Da hier eben auch diese Kulturverbindung zwischen Griechen und Slaven stattfindet und dieses Alphabet auch geschaffen wird, das Kyrillische eben als Religionsschrift, um die slawische Religion möglich zu machen. Das ist auch nochmal hier diese religiöse Verbindung. Jetzt machen wir einen großen Sprung in das Jahr 1237. Das sind jetzt wie viele Jahre sind wir gesprungen? Knapp 300. Okay, wow. Also bis 250. Und 1237 bis 1240 passiert das, was man in den Quellen vielleicht heute nicht mehr den Mongolensturm nennt. So ist das pejorativ. Ich glaube schon, ja. So wie Flüchtlingswelle. Ja, oder Türkenkriege, das wird auch mittlerweile nicht mehr verwendet, dieser Begriff. Mongolensturm, wir haben doch Respekt vor den Mongolen. Und dieser Mongolensturm ist eben passiert vom Enkel von Genghis Khan, der Batu kommt. Batu und die Goldene Horde. Die Batu und die Goldene Horde. Und auch da, ich dachte immer, dass auch Goldene Horde so pejorativ ist. Und da wurde mir erklärt, nee, das ist ein Eigenbegriff. Also die nennen sich selber so. Wo ich immer an Horde, immer so an wilde Barbaren denke. Das sind dann wahrscheinlich eben unsere, und der Begriffswandel, der bei uns halt stattfindet. Wahrscheinlich. Im Laufe der Zeit. Da habe ich auch letztens gelernt, Horde kommt von dem Jurtbegriff, also von den Zelten, in denen die leben. Also beziehungsweise dann auch ihre Kriegszelte. Das kommt irgendwie, leitet sich davon ab. Egal. Auf jeden Fall, die Mongolen erobern dieses Großreich, dieses Kiewerruß, wo man nochmal dazu sagen muss, glaube ich, die Kiewerruß sind kein Nationalstaat, kein zusammenhängendes Reich, sondern setzen sich aus mehreren Großfürstentümern zusammen. Wo eben das Großfürstentum Kiew, das zu dem Zeitpunkt wohl auch mächtigste und einflussreichste ist. Aber es gibt eben noch andere Großfürstentümer. Sind die alle, jetzt muss ich mir gerade irritieren, sind die alle Großfürsten? Es gibt Großfürsten. Also Großfürst ist der, der sozusagen sich da als der Wichtigste etabliert. Ja, da muss ich bestehen, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also ich weiß zum Beispiel, als Moskau dann diesen Rang bekommt, die sind erst Fürsten. Und dann werden sie Großfürsten, also haben die den Anspruch quasi da, die Anführer zu sein. Ja, aber irgendwie, es gibt ja eben den Großfürsten von Kiew und dann gibt es den Großfürsten von Tvern. Also es gibt mehrere Großfürsten und die wählen dann irgendwie, die haben irgendwie auch so ein Nachrückverfahren, wer dann anführt. Also es ist ganz, ganz spannend. Aber da habe ich mich jetzt nicht so eingearbeitet. Also ich kann es mal nennen, ich habe es mir jetzt hier aus dem Buch von Kappela rausgeschrieben. Also dass wir sozusagen, die Rus hat ursprünglich so fünf, sind das fünf Fürstentümer. Also natürlich Kiew sowieso, aber dann drumherum Wladimir Suzdal, die werden wichtig. Also aus Wladimir Suzdal wird dann sozusagen Moskau ausgegründet als neues, kleines Fürstentum. Also die teilen sich so ein bisschen auf. Und also dieses Fürstentum Moskau ist kleiner, als die Stadt heute ist. Das muss ich jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Dann gibt es das Fürstentum Halitsch-Wolhynien. Vor allem Halitsch, das ist das, was wir dann später immer als Galicien bezeichnen. Dann gibt es eben die wunderbare alte Stadt Novgorod. Dann gibt es Polotsk. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, heute in Belarus zu finden. Und Tcherniv, das sind sozusagen die klassischen Fürsten der Rus, die sich da nochmal aufteilen im Zweifel später. Genau, Entschuldigung. Ja, nee, nee, alles gut. Und unter diesem Mongolensturm wird eben das, vor allem auch das Großfürstentum Kiew erobert. Und man muss das aber so sehen, auch die Mongolen erobern nicht und gliedern das quasi in ihr großes Reich ein, sondern sie machen das, wie auch schon früher das im Perserreich üblich war, wie das auch Alexander der Große gemacht hat. Man sagt, eben hat ja... Also nachher die Osmanen, auch so ähnlich. So ähnlich machen das später auch die Osmanen. Dass dann eben gesagt wird, ihr behaltet eure Herrscher, aber ihr zahlt uns Tribut. Und solange ihr Tribut zahlt und in unseren Militärdienst eintretet, ist alles in Ordnung. Und dann lassen wir euch in Ruhe. Und sobald ihr das eben nicht macht, erobern wir euch. Also das bedeutet, dass eben auch die Kiewer Rus sind dann zwar unter mongolischer Herrschaft, bleiben aber in ihrer Identität weiterhin Kiewer Rus und werden eben nicht mongolisch. Und das bleiben sie dann auch tatsächlich für die nächsten 200 Jahre. Also die Goldene Horde bleibt dort ein zentraler Machtfaktor. Und dann im 15. Jahrhundert zerfällt die Goldene Horde in mehrere kleinere Horden. Einmal in die Große Horde und die Kleine Horde. Und die Rote Horde gibt es, glaube ich, auch noch. Und das nutzt der, beziehungsweise ein bisschen früher schon, das eine Fürstentum, das du gerade genannt hattest. Wladimir Susan. Genau, genau. Die nutzen das nämlich, denn das fand ich sehr schön. Ich musste lachen, als ich es gesehen habe, dass der Daniel das tut aus diesem Haus. Ah ja. Ja. Der, also das ist irgendwie so der dritte Sohn, der dann so eine Nebenlinie begründet in Moskau. Und dort dann das Fürstentum Moskau gründet. Ah ja, ich sollte Ansprüche formulieren. Ja. Und da habe ich es jetzt aufgeschrieben. Ich glaube, ich kann es jetzt, jetzt kann ich meine Notizen nicht mehr lesen. Auf jeden Fall in der Mitte des 14. Jahrhunderts wird dieses, eben das Großfürstentum, beziehungsweise Moskau ausgerufen. Die Stadt Moskau ist schon 1147 gegründet worden. Also die gibt es schon eine Weile, ist aber eben kein Herrschaftssitz gewesen. Und warum werden sie Großfürsten? Das fand ich auch sehr schön. Ah, das habe ich, ja, das habe ich vergessen. Wieso? Ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, aber genau, der Ivan von Moskau unterstützt den Kahn, das ist der Horde, militärisch gegen einen anderen Großfürsten. Ich glaube, das war der Großfürst von Tvern, der gegen die Mongolen kämpft und sich gegen die mongolische Herrschaft auflehnt. Und das wird, diese Rebellion wird besiegt von den Mongolen und zwar mithilfe der Fürsten von Moskau. Und zur Belohnung für ihre militärische Treue erklärt der Kahn jetzt eben, nachdem er Tvern das Großfürstentum entzogen hat, Moskau zum Großfürstentum. Und was macht Moskau? Erstmal holen sie den Metropoliten aus Kiew nach Moskau. Das ist schon mal wichtig. Hier haben wir auch die religiöse Verbindung, die später auch dann nochmal betont werden wird. Und sie fangen einige Jahre später in den 1360er Jahren an, die sogenannte russische Erde zu sammeln, indem sie nämlich jetzt selbst gegen den Kahn militärisch ins Feld ziehen. Und es findet eine Schlacht statt, die ich mir aufgeschrieben habe, weil es so einen schönen Namen hat. Es ist nämlich die Schlacht vom Schnepfenfeld 1380, wo eben das erste Mal eben gegen diese mongolische Herrschaft rebelliert wird, wo es zu militärischen Auseinandersetzungen kommt. Und eben auch Gebiete wie Kiew, wenn ich mich jetzt nicht vertue, zurückerobert werden. Und eben dem Großfürstentum Moskau jetzt dann eingegliedert werden. Also was heißt hier zurückerobert? Wie du schon gesagt hast, diese anderen Fürsten sind ja sozusagen, sofern man sich dann nicht schon Richtung Polen orientierte, waren ja sozusagen mit der Horde verbunden in der Art und Weise. So wie du es dargestellt hast, die Mongolen da nicht direkt sozusagen das ganze Ding alles besetzen und jetzt alles diktieren, was da zu passieren hat, sondern dass sie eben Tribut fordern und kriege, also militärische Unterstützung. Und solange das erfolgt, sind die sich da alle sozusagen selbst überlassen. Also das jetzt sozusagen zu befreien, ist dann auch eben so eine Darstellung, die Moskau dann später befördert. Dass man sozusagen die russischen Lande von Tartarenjoch befreit hätte. Genau, deswegen steht hier in meiner Notizen Sammlung der russischen Erde auch in Anführungszeichen. Genau, weil das eben auch da nochmal kommt, auch wenn eben Moskau eine Nebenlinie ist, der Rurikiden, war ja Kiew so gesehen nie Teil von Moskau. Das muss man nochmal klar machen. Das waren eben zwei getrennte Gebiete, zwei getrennte Fürstentümer, die jetzt hier eben quasi durch militärische Eroberung vereint werden. Und das Ende der Mongolen, beziehungsweise der Tartaren, wie sie dann auch genannt werden, findet dann 1480 statt. Und zwar an der Ugra. Und das ist eine... Was ist das denn, bitte? Irgendwo. Ja, du bist der Osteuropa-Experte von uns. Aber doch nicht in der Gegend. Auf jeden Fall, das Stehen an der Ugra ist auch ein interessantes Thema, weil es scheinbar gar nicht zum Kampf gekommen ist. Die Heere haben sich versammelt, sie standen dort und aus irgendeinem Grund, wo es bis heute auch diskutiert wird, sind die Mongolen abgezogen einfach. Sie sind gegangen. Umgedreht. Und dadurch wurde eben dann das, ja eben aus russischer Sicht, dass die mongolische Herrschaft, ja das Joch abgeworfen und man hat sich daraus befreit. Sag mal, wann war das? 1480. Okay. Und da ist eben auch schon Ivan III. an der Macht, der Großfürst von Moskau, der sich eben auch selbst schon interessanterweise als Herrscher der ganzen Ruß bezeichnet. Also er setzt diesen Titel durch und damit merken wir eben auch schon einen gewissen Anspruch, den er hier formuliert. Dass er eben sagt, ich bin nicht nur Großfürst von Moskau, sondern alle Menschen, die Slavisch sprechen, gehören quasi zu meinem Herrschaftsbereich. Also das wird hier schon verwendet, um eben auch diese, ja diese Expansionspolitik Moskaus zu erklären. Und das wird jetzt eben ganz interessant, dass das hier wieder religiös verwoben wird. Denn wir sind jetzt eben in den 1460ern, 1480ern. Das große Datum ist zu diesem Zeitpunkt 1453. 1453. Ah ja, Konstantinopelfeld. Genau, das Konstantinopelfeld wird von Mehmed II. erobert. Und das führt zu einer massiven Migrationsströmung wieder aus Konstantinopel in den Norden. Denn jetzt tatsächlich müssen wir im Kopf behalten, die Ruß waren ja zum orthodoxen Glauben übergetreten. Und das war eben im 12. Jahrhundert ein großes Politikum geworden, da wir ja den großen Eklat haben, dass wir das morgenländische Schisma haben. Orthodoxe Christen und katholische Christen erkennen sich gegenseitig nicht mehr an, sehen sich als Feinde. Und jetzt haben wir eben diesen großen Schicksalsschlag. Konstantinopel wurde von Muslimen erobert und die orthodoxen Christen müssen fliehen. Und wo fliehen sie hin? Natürlich nach Moskau, beziehungsweise ins Großfürstentum Moskau, weil man eben dort auch den Metropoliten sitzen hat und sagt, das ist eben die Heimat des wahren Glaubens. Und das ist sozusagen auch der einzige Metropolit, der jetzt frei ist in einem orthodoxen Land. Genau, weil auch der Patriarch von Konstantinopel, also das Haupt der orthodoxen Kirche, eben in Gefangenschaft zu dem Zeitpunkt war. Und der Metropolit von Moskau ist eben der einzige, der höchste Kirchenwürdenträger, der eben jetzt hier agieren kann. Und was auch passiert, die orthodoxen Christen fliehen nicht nur nach Moskau, auch wenn das ein großes Ziel ist. Und Ivan auch sagt, komm zu mir, nimmt sie mit offenen Armen auf. Es fliehen auch einige nach Rom und nach Genua vor allem. Genua und Konstantinopel waren immer schon handelstechnisch sehr eng verknüpft. Und die Kinder des letzten Kaisers von Konstantinopel fliehen auch nach Rom, beziehungsweise nach Norditalien. Und die Tochter, Sophia Palaeologos, beziehungsweise sie wird auch Zoe genannt, findet beim Papst Unterkunft. Sie ist fünf Jahre alt, als Konstantinopel fällt und reist dann eben nach Rom, wo sie dann dort erzogen wird. Ihre Brüder reisen nach Genua und sitzen dort im Exil. Und jetzt kommt es wieder zu einer Heirat, nämlich Ivans des Dritten mit eben dieser Sophia, die auch Zoe genannt wird. Und er daraufhin erklärt eben Ivan der Dritte seine, ja Rechtsnachfolge fast schon für Konstantinopel, dass eben die Kaiserkrone Ostroms auf ihn übergegangen ist durch seine Heirat mit eben jener Sophia. Jetzt ist aber das Problem, auch das ist politische Inszenierung, das ist nicht rechtlich bindend. Aber es ist schon, also handfester als so eine Idee von Translatio Imperi, wir übernehmen das Reich von euch. Das ist korrekt. Ja, immerhin ist da hartes Hand und Fuß. Ich weiß, aber warum ich das erzähle und eigentlich, und würde ich dir das auch so überlassen, aber was ich eben raus, was ich gelesen habe und diese Geschichte wollte ich unbedingt erzählen, weil ich sie grandios finde. Sophia hat eben zwei ältere Brüder und ihr älterer Bruder verkauft in Genua seinen Herrschaftstitel, quasi als Kaiser Ostroms, an irgendeinen genuesischen Händler. An den genuesischen was? An einen genuesischen Händler. What? Ja. Und daher, weil er halt scheinbar Geld braucht in Genua, um dort zu leben. Ich verkaufe dir meinen Geysertitel? Ja, wenn der Händler da Bock hat. Egal, 2000 Jahre altes Kaiserturm, ich verkaufe es dir. Ja, gut, schön. Na gut, er wusste auch, dass da keine Chance ist, es zurückzuerobern. Aber das bedeutet, dass Sophia demnach rechtlich gesehen eben keinen Anspruch auf die Kaiserkrone besaß. Muss sie halt erst kaufen. Weil ihr Bruder das verkauft hatte. Aber wer hat denn das nachher gekauft? Ich weiß nicht, das hat er behalten. Also wer ist denn jetzt Kaiser? Ich weiß es nicht. Okay, vielleicht liegt das noch irgendwo rum. An sich auch Mehmet hat sich als neuer Kaiser inszeniert, von daher. Oh nein. Hat sich auch so in die Nachfolge von Konstantin im Großen gesetzt. Und da er einfach das Recht der Eroberung hatte, glaube ich, waren es dann die Osmanen. Naja, also die sind ja nicht christlich. Das funktioniert ja nicht. Das war offenbar nicht wichtig genug, um zu konvertieren. Das stimmt. Auf jeden Fall so kommt eben diese Idee des dritten Roms. Und das hatte ich ja eben schon am Angang, beim Einstieg gesagt. Was ich eben wahnsinnig spannend finde, diese Idee. Also das dritte Rom bedeutet, das ist auch ganz klar aus der Orthodoxie erwachsen, die Idee, das erste Rom ist das christliche Rom. Das ist gefallen, weil der Papst ist eben vom wahren Glauben abgekommen. Also der katholische Glaube ist eben ein Fehlglauber. Das zweite Rom war dann Konstantinopel, weil dort ja die griechisch-orthodoxe Kirche saß. Die ist gefallen durch die osmanische Eroberung. Und jetzt ist in Moskau das dritte Rom, weil dort eben der orthodoxe Glaube noch gelebt wird. Wir haben den Metropoliten, der dann auch später zum Patriarchen erhoben wird. Und wir haben eben dann auch noch diese kulturelle, rechtliche Translatio durch diese Heirat mit der Zoe Sophia. Also das ist eben so dieser Gedanke. Ivan III. nennt sich dann auch schon Zar. Also er übernimmt diesen Titel Zar in Anlehnung an eben Kaiser, aus dem oströmischen Kaisertum. Ist aber noch nicht gekrönt, also das macht er nicht. Aber er hat diesen Titel schon. Und da verknüpfen sich jetzt eben diese Ideen des orthodoxen Glaubens als der wahre Glauben, der geschützt werden muss, mit dieser imperialen Idee aus Rom. Und wir hatten es eben schon, Ivan III. nennt sich ja selbst schon als der Herr aller Rus, nicht nur der Moskauer Rus. Und das wird jetzt eben verbunden, dass er eben alle Rusen quasi unter sich vereint, im Glauben und auch herrschaftlich. Also da geht eben diese eigentlich nur religiöse Idee in eine imperialistische Idee über, dass eben den Moskowitern es zustünde, über alle Menschen zu herrschen, die eben eine slawische Sprache sprechen und sich als Rus selbst wahrnehmen. Und sein Enkel, Ivan IV., der auch den schönen Namen Ivan der Schreckliche erhalten hat, ist dann eben der Erste, der sich dann auch zum Zar krönen lässt, 1547. Und das ist eben interessant, damit beginnt zum einen die Geschichte des russischen Zarenreiches, aber diese Krönung findet eben auch mit typischen, oder nicht mit den Insignien der oströmischen Kaiser statt, aber sie sind inspiriert von den Insignien, mit denen sich die oströmischen Kaiser haben krönen lassen. Und auch der Doppeladler, also das, was wir auch heute auf russischen Wappen noch sehen, wird eben hier übernommen von dem Doppeladler aus Ostrom. Den haben sie dort getragen im Wappen und das wird jetzt übernommen für das russische Zarentum. Und damit ist jetzt eben auch diese Idee. Was unsere österreichischen Freunde ja auch benutzt haben. Genau. Es ist nicht so. In Albanien wird er auch benutzt. Warum eigentlich? Das weiß ich nicht tatsächlich. Auch der Konstantinopolische oder anderer. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Und Serbien doch auch noch, ne? Ja, also ich wusste es mal, aber ich habe es leider vergessen, warum dort auch. Aber der Doppeladler wird eben dort auch immer benutzt mit diesem Idee, diesem Rückgriff auf diese imperiale Idee. Und das passiert jetzt hier auch in Russland mit der Gründung des Zarenreiches. Und das ist dann eben tatsächlich auch der Schritt, wo wir eben diese Idee, diese imperialistische Idee ausgelebt sehen. Was ich aber ganz interessant finde, jetzt haben wir auch wieder nur eigentlich russische Geschichte besprochen. Und die Region, wie gesagt, man hat diesen Anspruch, wir herrschen über alle Russ. Aber die Ukraine, beziehungsweise große Gebiete und auch Kiew zu dem Zeitpunkt gehören gar nicht zum Kaisertum, also zum russischen Zarenreich. Sondern die gehören wem anders, nämlich eigentlich Litauen. Denn die haben schon den Mongolensturm da im 13. Jahrhundert genutzt, um gewisse Gebiete selber zu erobern. Und der Großteil der heutigen Ukraine gehört zu dem Zeitpunkt zur Gründung des Zarenreiches nicht zum Zarenreich. Was ich eben ganz interessant finde, auch mit diesem historischen Anspruch, ja die Ukraine war ja immer schon Teil von uns. Was? Nee, war sie nicht. Also sowieso, wenn man jetzt die Grenzen der heutigen Ukraine anguckt, dann wird es ja richtig kompliziert. Wenn man sozusagen alle Teile davon jetzt nochmal historisch zurückführt. Also ein großer Teil, in der Epoche, von der wir jetzt sprechen, sind da eben auch die Tartaren. Also die ganze Südukraine und vor allem die Krim sind ja tartarisch. Also sozusagen die europäisierten Mongolen und die sich natürlich den Herrschern des Osmanischen Reiches unterstellt haben und nahe fühlen. Und dann gibt es eben da Litauen, das der größte Player ist in dieser Hood. Dass man sich meist natürlich auch so nicht auf dem Schirm, wenn man jetzt osteuropäische Geschichte sich nicht so angeguckt hat. Und das heute nur so ein kleines Land im Baltikum vor Augen hat. Nein, das ist es nicht. Also es war eine Großmacht in dieser Epoche, die dann ja zusammen geht mit dem Königreich Polen. Das deutlich kleiner war als das Großfürstetum Litauen. Und sich dann aber beide verbinden und da eben ja die Großmacht schlechthin eigentlich sind und dann eben vor allem für Moskau auch zur Bedrohung werden und zum bösen Gegenspieler aus deren Sicht. Ja, ich fand es jetzt interessant, also du sprachst von Moskau aus dem dritten Rom. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Und von dem Jahr 1547, was war da noch passiert? Da ist Ivan IV. gekrönt worden. Ja, ja, genau. Also Ivan IV., der Schreckliche, der, wenn man das jetzt, also man kann es auch übersetzen mit der Gestrenge. Ja, das habe ich auch gelernt tatsächlich. Ja, genau. Dass die Auslegung... Aber der war, glaube ich, tatsächlich auch unsympathisch. Also man wollte, glaube ich, mit dem jetzt nicht aneinander geraten. Also schrecklich ist sicher auch nicht ganz falsch. Krassen Geheimdienst aufgebaut, so eine Schläger-Truppe. Der Gestrenge ist dann eher positiv gewendet, weil er sozusagen das Ganze in irgendwie ordentliche Bahnen gelenkt hat und Gesetze erlassen hat. Und der sozusagen jetzt mal sowas wie Rechtsstaatlichkeit sprechen möchte, geschaffen haben. Aber die wurden dann eben auch krass umgesetzt, wenn ihm was nicht gepasst hat. Ja, und ich habe mich nämlich gefragt, weil ich gelesen habe, dass 1547 es auch eine Heiligsprechung gab in der orthodoxen Kirche von Moskau. Nämlich, dass Alexander Niewski heilig gesprochen wurde. Hast du von dem mal gehört? Nein. Nee. Alexander Niewski ist der Star des russischen Mittelalters. Ah. Also der Fürst schlechthin. Was glaubst du, womit hat er das verdient, heilig gesprochen zu werden? Heilig gesprochen zu werden. Als Missionar ist er zu irgendwem hin und ist dann gestorben. Und ist dann für seinen Glauben gestorben. Und war so ein frommer Mensch. Nein, in der Orthodoxie muss man nicht fromm sein. Ja, das weiß ich. Und für seinen Glauben sterben, um heilig gesprochen zu werden. Nein, man muss Kriege gewinnen. Ja, das wäre meine zweite Vermutung gewesen. Alexander Niewski war derzeit in der Karriere in Nowgorod angefangen, Fürst von Nowgorod. Und der macht sowas ähnliches wie das, was du vorhin beschrieben hast. Der lässt sich dann vom Kahn der Goldenen Horde zum Großfürsten ernennen und sticht da seinen Bruder aus. Aber vor allem kämpft er gegen die Schweden und besiegt 1240 beziehungsweise 42 die Schweden und den deutschen Orden. Eine sehr populäre Figur. Also das Feindbild, also ganz klar, ja, also das Tartarenjoch und die bösen Mongolen, die sind eigentlich da die meiste Zeit immer die Freunde, mit denen man sich verbündet. Und der Feind kommt von Westen. Und ich erinnere mich sogar, dass wir im Museum so ein Plakat hatten aus dem Zweiten Weltkrieg, wo so eine Kontinuität geschaffen, also ein sowjetisches Plakat, wo so eine Kontinuität geschaffen wurde. Also Alexander Niewski besiegt den deutschen Orden. Dann im Siebenjährigen Krieg schlagen sie die Preußen. Und dann Stalin natürlich schlägt Nazi-Deutschland zurück. Und ich fand es ganz interessant, weil es gibt übrigens dann auch ein Alexander-Niewski-Orden natürlich später gestiftet im Zarenreich im 18. Jahrhundert und von Stalin wiederbelebt. Also genau diese Kontinuität eben, dieser Held. Und Putin hat 2010 diesen Orden auch wieder erneuert. Ja, also man kann jetzt wieder in Russland den Alexander-Niewski-Orden bekommen. Übrigens auch die erste orthodoxe, es gibt natürlich ganz viele Alexander-Niewski-Kirchen und Kathedralen und auch die erste orthodoxe Kirche Westeuropas, die wo steht? In Potsdam. Da, wo die Alexandrovka ist, dieses russische Fake-Dorf aus dem 18. Jahrhundert, äh 19. Jahrhundert. Und daneben wurde dann eben eine kleine Alexander-Niewski-Kirche errichtet. Ja, das nur so nebenbei, weil wir ja hier in Berlin sitzen, also für die, und wahrscheinlich die meiste Hörerschaft sich derzeit auch noch hier in Berlin und der Nähe aufhält. Also da kann man mal hin pilgern. Ich fand es ganz interessant, weil Kappelei in seinem Buch hier über die ungleichen Brüder zwei Fürsten quasi vergleicht. Und so gegenüberstellt für die Entwicklung dieser südlichen Russ, also sprich Teil der Ukraine heute, und eben der nördlichen Russ mit dem Zentrum in Moskau. Das eine ist eben Alexander-Niewski, sozusagen für die russische Entwicklung, der die Feinde von außen abhält und die Russ schützt vor dem, vor den Bösen. Und der andere ist? Vladimir. Nein. Oh. Daniel. Ah. Oder Danilo. Und Danilo regiert in dem Teil, den wir dann Galicien nennen, also Halic, ein Teil der Russ. Da ist er der Fürst und heiratet nach Ungarn rein, möchte gerne mehr gen Westen sich verbünden und verbinden. Und, da wollte ich eigentlich jetzt noch eine Testfrage für dich machen, aber jetzt ist schon klar, über wen ich jetzt gerade hier spreche, er ist der Einzige, der vom Papst mal den Titel Rex Russie bekommen hat. Also Danilo, Fürst von Halic, beziehungsweise Galicien, ist eigentlich der König Russlands. Wenn es nach dem Papst geht, ist aber das Einzige Mal, dass das passiert ist und es hat auch nicht geklappt, weil der wollte natürlich trotzdem nicht katholisch werden und überhaupt. Und er hat dann einige neue Städte gegründet, unter anderem eine Stadt, die er aus seinem Sohn Leff benannt hat und die wahrscheinlich viele kennen, die heißt auf Deutsch Lemberg und auf ukrainisch Lviv. Und ein anderer Sohn, dessen Namen ich jetzt nicht rausgesucht habe, hat die letzte Babenbergerin geheiratet. Erinnerst du dich an die Familie Babenberg? Mhm. Das war Gertrude von Österreich, wo wir nochmal bei den Hochzeiten waren. Und er hat auch mal kurz versucht, dann seinen Anspruch auf das Herzogtum Österreich durchzusetzen. Also um ein Haar wäre Danilo am Ende noch deutscher König und römischer Kaiser geworden und seine Dynastie hätte sich dann durchgesetzt, womöglich im Reich. Nein, so ist es natürlich nicht, aber immerhin, der bleibt bis 1323, bleibt seine Familie sozusagen Herrscher über Galicien, bevor das dann, da hat man dann wieder blöd eingeheiratet, beziehungsweise die waren ausgestorben, also was ihnen egal, an Polen, Litauen fällt. Und das ist auch ganz interessant, also wie gesagt, Polen und Litauen sind ja, bis sie dann ganz offiziell als Länder auch vereinigt werden, eben zwei Herrschaftsgebiete, die einfach nur den gleichen Fürsten gehören. Und man teilt dann diese russischen Territorien eben auch auf. Also das, was heute hauptsächlich Belarus genannt, Belarus ist, gehört eben dann zu Litauen. Und diese Westukraine, also beziehungsweise Galicien, das gehört dann eben zu Polen. Das Erbe dieser Russ, das einem da anheimgefallen ist, dann auch mal aufgeteilt auf diese beiden Herrschaftsgebiete. Was natürlich im Endeffekt dann auch wurscht ist, wobei es eben dann teilweise natürlich verschiedene ständische Rechte gibt. Und das ist übrigens auch noch so ein Unterschied, den Kappeler herausstellt in der Entwicklung. Also nicht nur diese Westorientierung der Westukraine, während sozusagen die nördliche Ruß unter Moskau sich eher abschottet gen Westen, und da sitzen die Lateiner und der Feind, sondern eben auch die Herausbildung in Moskau der Selbstherrschaft, der Autokratie. Also so wichtige, sagen wir, etwas, was bis 1917 unangetastet bleibt. Also sozusagen dieser Absolutismus der russischen Zaren. Also die sind sozusagen die uneingeschränkten Herrscher in diesem Bereich, während eben in den westlichen Gebieten Polen und Litauen beeinflusst, sich eben so eine ständische Herrschaftsform entwickelt, wie sie uns auch eben vertraut ist aus unserem Mittelalter. Da darf man es ja wohl sagen. Musst du jetzt entscheiden, ob der Danilo Rex Russie zum Mittelalter gehört oder nicht in deinem Sinne. Und ja, das sind sozusagen diese beiden Antipoden, die er da herausstellt. Und ja, diese gemeinsame Geschichte Polen-Litauns, die ist ja dann mit, beginnt mit Jogaila, dem Großfürst von Litauen, der sich, der katholisch wird, um sich dann zum König von Polen wählen zu lassen. Und seitdem ist der Herrscher von Litauen immer gleichzeitig auch König von Polen. Irgendwann also umgekehrt. Und 1569 wird es dann auch mal festgeschrieben, dass diese beiden Länder zusammenbleiben. Und das ist halt deshalb so wichtig, weil die sozusagen immer einen Teil der heutigen Ukraine dann beherrscht haben. Und ja, das ist natürlich auch wichtig, auch insofern, dass die ganze Elite, die es da in der Westukraine gab, der ganze Adel, der wird dann eben natürlich auch polonisiert. Und katholisch. Und es gibt dann sozusagen eine Kluft zwischen der Elite und den Durchschnittsbürgern und vor allem Bauern natürlich. Und die hat dann nicht nur mit dem Stand zu tun und dem Einkommen, sondern eben auch sozusagen mit der kulturellen Orientierung und vor allem natürlich konfessionell. Und das ist ja nun mal in dieser Zeit, wie du schon deutlich dargelegt hast, ein ganz wesentlicher Punkt, ob man nun Lateinisch spricht oder Kirchenslawisch und wohin der Priester sich sozusagen in der Kirche wendet. Ob er sein Gehalt aus Rom bezieht oder eben dann aus Moskau. Beziehungsweise ob er einen Bart trägt oder keinen Bart. Und ob er einen Bart trägt oder keinen, genau. Und im Westen der Ukraine wollte man diese Kluft unbedingt überbrücken und hat es eigentlich ganz nett in Angriff genommen, finde ich. Also man wollte die Leute jetzt nicht zwingen, den Bart abzurasieren und Lateinisch zu sprechen oder zu lernen, um dann in der Kirche Lateinische Gebete vorzusagen, sondern man hat sich überlegt, eine Kirchenunion. Wir legen unsere Kirchen zusammen. Ihr dürft so bleiben, wie ihr seid. Hauptsache, ihr sagt, der Papst ist am wichtigsten. Und das ist eben auch 1596 passiert, gibt es die Union von Brest und das ist eine sehr starke Kirche dann gewesen über einige Zeit, die heute noch existiert. Vielleicht nicht mehr ganz so stark, wie es dann damals der Fall war. Also das ist sozusagen, also es gibt, ist ja nicht die einzige, aber vielleicht die bekannteste, die sogenannte griechisch-katholische Kirche ist aus dieser Union hervorgegangen, die dort also einen Metropoliten hat, nach wie vor, der aber sozusagen im Rang eines Kardinalpriesters steht. Also bei den Konzilien etc. und den Veranstaltungen in Rom sieht man eben viele Kardinäle, die im orthodoxen Look auftauchen und eben zu Hause in ihrer Kirche auch Slavisch sprechen. Und ansonsten würde man sie kaum unterscheiden, außer eben, dass sie den Papst anerkannt haben. Und sie haben Ehefrauen, ne? Und sie haben Ehefrauen, ja. Wobei bei den Bischöfen eher nicht, also Priester ja. Die Bischöfe nicht, also die Bischöfe müssen, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, im orthodoxen Raum aus dem, wie heißt es denn, die weiße Geistlichkeit, glaube ich, also aus den Klöstern kommen die. In dem Kloster natürlich heiraten die auch nicht. Die Weltpriester dürfen heiraten, aber die hören dann nicht mehr. Was meinst du? Ne, das fand ich ganz interessant, als mir das mal ein Bekannter erzählt hat, dass die Ehefrauen haben dürfen. Das ist natürlich vor allem jetzt interessant, dass die eigentlich zur katholischen Kirche gehören. Ja, genau. Ja, genau. Also insofern, wenn man das Zölibat umgehen möchte, dann muss man einfach griechisch-katholisch werden und dann heiraten. Oder man muss einmal griechisch-katholisch werden, heiraten und dann wieder zurück. Und dann darfst du deine Frau sicher auch behalten. Ja, die Ehescheidung ist nicht. Ne, eben. Und es gibt ja so Regelungen auch bei Diakonen, dass wenn die verheiratet sind, kann man sie weinen und sie dürfen natürlich auch verheiratet bleiben. Aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit weg. Ich weiß auch nicht, wem diese Tipps jetzt weiterhelfen von euch. Ich wollte es nur mal ansprechen. Ja, auf jeden Fall sind natürlich nicht alle Bischöfe super begeistert gewesen von diesem Schritt der Kirchenunion. Und deswegen wird dann sozusagen erneut nochmal eine Metropolie von Kiew begründet, 1620. Ja, also es gibt diesen Versuch dieser Union von Brest, aber natürlich machen dann nicht alle mit und machen dann sozusagen nochmal neu eine orthodoxe Metropolie von Kiew, 1620. Und da gibt es natürlich dann auch nochmal Streit, wer jetzt da Metropolit wird. Weil das finden natürlich die Polen jetzt wieder nicht so toll, dass ihre Union da jetzt irgendwie nicht gewünscht wird. Und dass da in Absprache mit den Zaren beziehungsweise den Patriarchen in Moskau jetzt irgendwelche Metropoliten ankommen in Kiew, die die Polen dann natürlich eigentlich nicht haben wollen. Ja, weil die jetzt irgendwie dann so einen Kontakt nach Moskau haben, der da nicht gewünscht ist. Und das wird natürlich nochmal wichtig, wenn es darum geht, wie dieser Teil der Ukraine dann plötzlich doch in die russische Einflusssphäre gerät. Und dass dieser Metropolit, der dann da kommt, natürlich den Zaren dann nochmal versichert, dass man doch Brüder sei und seinen Schutz bräuchte. So, es gibt aber noch eine ganz andere Gruppe, die wichtig ist, auch für das heutige Nationalverständnis der Ukrainer und die ein wichtiger Player werden in dieser Region und sich auch als Beschützer der Orthodoxen empfinden. und das sind die Kosaken. Welches Bild hast du von einem Kosaken vor Augen? Und ich meine nicht das, was ich dir vorhin gestehen habe. Wobei ich muss gestehen, dass das dem schon sehr nahe kommt. Also bei den Kosaken habe ich natürlich immer die typische Kosaken-Uniform im Kopf. Wie sieht die denn aus? Da bin ich wieder nicht so firm. Ja, beziehungsweise das sind immer diese langen Uniformen, also diese längeren Jacken und diese Fellmützen, also diese Hüte, die sie tragen. Und ausladende Schnauzer. Genau, diese großen Werte. Und die Musik, diese etwas folkloristische Musik. Genau, ich kenne auch die Don-Kosaken-Chöre, die so früher durch die Bundesrepublik getingelt sind. Also es waren ja eher russische Volkslieder, was die so gesungen haben, also es waren eben die Don-Kosaken. Und tatsächlich gibt es eben auch diese Unterscheidung in Don-Kosaken und die Njerper-Kosaken. Also die Don-Kosaken gehören eher Richtung Russland in dem moderneren Sinne und die Njerper-Kosaken sind dann sozusagen die Ukrainer. Ich weiß nicht, ob die das damals um 1600 auch schon so empfunden haben. Was sie nämlich eint, ist, dass sie an der Grenze leben. Also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie die Mauer in Game of Thrones. Wobei die Kosaken durchaus heiraten durften. Auf jeden Fall sind die aber die, die da eben sozusagen die Grenzen schützen. Und das gehört eben auch zum Image derer, die sich heute so als Kosaken noch bezeichnen. Und dann ihre jeweiligen Grenzen, ihr Land schützen. Und das sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer. Sieht man dann gerne auf diese Kosaken beruft. Auf jeden Fall haben die da eine ganz andere Ordnung. Also da ist nichts ständisch organisiert. Und einen Zaren gibt es da auch nicht. Sondern die Kosaken waren bekannt dafür, dass sie so eine Art egalitäre Ordnung haben. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für alle. Und es gab einen Rat der Kosaken, der den Hetman, also das Oberhaupt, gewählt hat. Und es bildet sich tatsächlich eben auch ein Hetmanat heraus. Am Dnieper, also ein Herrschaftsgebiet dieser Kosaken. Und zwar hinter den Stromschnellen des Dnieper. Ich bin schon gewundert, warum auf den Ukraine-Karten, die ich mir ausgedruckt habe, immer am Dnieper so drei Querstriche eingezeichnet sind. Und dann da Stromschnellen da stehen. Das ist so eine politisch-historische Karte. Warum werden da Stromschnellen eingezeichnet? Und das habe ich dann jetzt natürlich verstanden, dass es darum geht, dass hinter diesen Stromschnellen sozusagen das Herrschaftsgebiet dieser Kosaken dann zuerst bestand. Und hinter den Stromschnellen heißt eben Zaporojami. Ich weiß nicht, wo die Betonung ist. Porohami. Auf jeden Fall Zaporojami. Und daraus wird Zaporoja Kosaken. Also die findet man auf den Karten. Also dieses Hetmana-Saporoja-Hetmanat beziehungsweise die Zaporoja-Kosaken. Und bei denen gibt es einen, der dann besondere Erwähnung verdient. Das sind eigentlich zwei, aber der kommt jetzt mal historisch. Der Bogdan Chmelnicki zuerst. Der nämlich versucht, erst mal alle Kosaken zu einen in diesem Hetmanat. Und dann versucht, sich zu befreien. Also vor allem von Polen natürlich. Ja, also da sozusagen sein Gebiet auch selbst verwaltet und schön orthodox, das sind sie, zu beherrschen und bittet den Zaren um Protektion, um seinen Schutz. Und der Zare ist aber erst mal gar nicht begeistert. Also der interessiert sich, das ist Zahn Michael. der sich da nicht so besonders für interessiert, weil für den sind alle, die da unten wohnen, sind verkappte Lateiner und Litauer und gar keine echten Christen. Also wer es von denen schafft, irgendwie Richtung Moskau zu kommen, der wird auf jeden Fall nochmal getauft. Also nicht nur die Unierten, sondern sogar die Orthodoxen tauft man nochmal, weil das kann ja da unten nichts Echtes sein. Also irgendwie so, so brüderlich ging es da gar nicht zu, zu dem Zeitpunkt. Und er ist der Sohn von Michael, also Alexej Mikhailovich. Daher kommen ja immer diese zweiten Namen. Also der Vaters Name. Zahn Alexej Mikhailovich, der geht da drauf ein, dass da unten Leute leben, die seinen Schutz möchten. Der ist aber generell auch irgendwie freundlicher und der gibt dieses Abschotten nach Westen auf und interessiert sich mehr für das, was da so an humanistischen Ideen aus dem Westen kommt und sucht sich Gelehrte, um jetzt irgendwie den Moskauen auch mal so ein bisschen Kultur beizubringen. Und das ist nämlich bis zu denen halt nicht vorgedrungen. Also da ging es ja vor allem darum, irgendwie die abzuwehren. Jetzt plötzlich Alexej Mikhailovich möchte gerne Latein lernen und Griechisch, beziehungsweise, ich glaube nicht, dass er das selber lernen wollte, aber dass so ein paar Moskauer mal ein bisschen humanistische Bildung genießen. Und woher kommen diese Gelehrten? Was glaubst du? Von den Kosaken? Nee, also ja gut, also von den Kosaken, die Kosaken, die wir vor Augen haben, das sind ja eher so lebenslustige Grenzen. Ich weiß nicht, ob die Latein und Griechisch können, aber aus dem, ja, Gebiet der Kosaken, nämlich aus Kiew. Denn in Kiew gibt es da schon eine ganze Weile ein Kollegium, wo man durchaus Griechisch beherrscht. Da hatte man ja schon eben Kleinrussland, ist ja näher dran, kleinere Entfernung zu Konstantinopel. Also das Wissen von da hat man da aufgenommen, studiert, weitergetragen. Und man holt sich also die Leute, die auch Kirchenslawisch nicht nur runterbeten, sondern auch verstehen und schreiben können, die holt man nach Moskau und die dann am besten sogar noch das griechische Original kennen. Denn darum geht es in der Zeit tatsächlich, dass man das Gefühl bekommen hat oder man ist sich sogar ziemlich sicher, dass diese kirchenslawische Tradition manchmal mehr als nur haarscharf am griechischen Original vorbeiging, wenn es um Liturgie geht und Bibelübersetzung und dergleichen. Und da holt man sich jetzt eben die Gelehrten aus Kiew, damit die mal die kirchenslawische liturgischen Bücher in Ordnung bringen, anhand des griechischen Originals. Und dann wird nämlich 1652 in der Folge auch eine große Kirchenreform unter dem Patriarchen Nikon durchgeführt. Und das war ein großer Bruch. Also es ist jetzt keine Reformation, wie wir das kennen in Westeuropa mit Luther und Kollegen oder Konsorten. Aber immerhin, es ist eine Kirchenreform, wo es dann eben ja darum ging, die Bücher wieder zurück an das Original zu führen. Also ausgerechnet die Moskauer müssen jetzt Latein lernen. Mit Griechisch haben sie kein Problem, das können wir noch akzeptieren, aber zum Teil mussten sie jetzt auch noch Latein lernen, um das gegenzuprüfen und setzen das dann durch. Und dann gibt es tatsächlich eine Kirchenspaltung auch in Russland zwischen der Mehrheit, die dieser Kirchenreform des Patriarchen folgt und eben den sogenannten Altgläubigen. Aber sozusagen jetzt hier die Basis dafür, für diese Reform und das neue Wissen und den Humanismus, der da einkehrt, den holt man sich eben aus Kiew, weil die da ein bisschen gelehrter waren als da im Norden. Ja, aber gleichzeitig bieten eben die Kosaken auch den Zaren nochmal um Schutz und diesmal hört er zu, also der Alexej Mikhailovich, der hat eben nicht so ein Problem mit den Lateinern und angeblich den schlechten Menschen, die da leben, so wie sein Vater, sondern der hat ja jetzt gemerkt, die haben es drauf, die brauchen wir und die Kosaken sowieso, dass die da die Grenze, dass die uns da die Osmanen vom Hals halten und so weiter. Also im Januar 1654 wird ein Treueeid geschworen in Perejaslav, den Ort kenne ich ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich, da wird eine Vereinbarung geschlossen und die Kosaken schwören dem Zaren ihre Treue. Dafür dürfen sie Privilegien behalten, also ihre kosakischen Freiheiten und die Art wie sie leben, sofern sie natürlich Kriegsdienst leisten, denn darauf kam es dem Zaren an. Da waren die die waren kampferprobt und die wollte er gerne auf seiner Seite haben und dann merkt man allerdings auch, dass die schon eine unterschiedliche Vorstellung davon hatten über den Inhalt und die Konsequenzen dieser Vereinbarung, denn die Kosaken hatten erwartet, dass die Gesandtschaft des Zaren dann bitte auch einen Eid leistet und die haben natürlich etwas irritiert geguckt und gesagt Entschuldigung, aber der Vasall leistet einen Eid, nicht der Herrscher und dann sind sie wieder abgedampft Richtung Moskau und die Kosaken saßen da jetzt und hatten irgendwie das Gefühl, ihr ist was schiefgelaufen, aber erstmal funktioniert das alles so, wie man sich das vorgestellt hatte, also die Kosaken dürfen ihre Freiheiten bewahren und der Zar begründet gegenüber seinen Leuten in Moskau, die ja gerade noch mit seinem Vater gesagt haben, diese Typen, diese verkappten Litauer wollen wir hier nicht haben, denen verkaufte das jetzt vor allem als Schutz der Orthodoxen in dieser Region, also wir müssen unsere Gläubigen schützen, das ist jetzt nichts von wegen Heimholung der Ruß oder so, oder das ist unser Erbe, das wir jetzt hier beanspruchen, sondern es geht darum, dass er eben reagiert auf das Schreiben der Kosaken und das begründet, dass er sie als Orthodoxe schützen muss und seitdem hat er tatsächlich auch immer ganz bewusst diesen Titel geführt, dass er Zar der Großen und der Kleinen Ruß sei und später kommt die Weiße Ruß dann noch dazu, über die können wir ja auch vielleicht dann noch ein andermal sprechen, ich finde Belarus hat es auch verdient, eine Folge zu bekommen und man kann sich schon vorstellen, dass Polen-Litau das natürlich nicht so hinnimmt, dass da jetzt irgendwelche Kosaken ihren eigenen Staat unter dem Schutz des Zaren begründen, also es kommt zu einem polnisch-russischen Krieg und da geht es natürlich nicht nur um die Kosaken, also klar, die sind ja schon länger jetzt verfeindet und Konkurrenten, dieser polnisch-russische Krieg, der beginnt sozusagen in dem Moment, wo die Kosaken diesen Treue-Eid schwören, 1654 und dauert dann an, bis 1667 ein Waffenstillstand geschlossen wird und einen Friedensvertrag gibt es aber erst 1686, also ich würde sagen, ein 34-jähriger Krieg, der da geführt wird, aber sicher nicht ganz so intensiv, wie das bei unserem der Fall war und aus ganz anderen Gründen nochmal, aber das, im Ergebnis wird dieses Hetmanat geteilt mal wieder, wird sozusagen da unten geteilt und der eine Teil, der östliche Teil, das ist dann die sogenannte linksofrige Ukraine, die kommt eben zu Russland, also es ist dann extra Hetmanat und der andere Hetman, der rechtssofrigen Ukraine, das ist dann im Westen der Teil, der geht wieder zurück an Polen und die machen alles rückgängig, was da zwischendurch an Neuerungen passiert ist, seitdem sie sich freigekämpft hatten, also die werden wieder schön integriert und polonisiert und katholiziert, wie auch immer und viele, die das nicht aushalten, gehen dann weiter nach Osten, migrieren Richtung Osten, Richtung Freiheit, Richtung Steppe, wo es noch Platz gibt und das ist die sogenannte Slobodar-Ukraine, die da aufgebaut wird, also genannt wird. Und die erste große Festung, die da errichtet wird und dann natürlich auch mit der Entwicklung einer Stadt ist 1654 Kharkiv. Das ist die Stadt, die als erstes in den Nachrichten kam, also nach Kiew sozusagen und die zweitgrößte Stadt der Ukraine und auch die zweite Millionenstadt, die da jetzt als erstes und umfassendsten angegriffen wurde und das ist aber eben auch dann an der Grenze zu dem sogenannten Donbass, also zu der Region, die seit 2014, 2015 so umkämpft ist und wo wir uns aber jetzt in den letzten Jahren daran gewöhnt hatten, dass das so ist und das dann verdrängt haben, aber da war sozusagen die ganze Zeit der Krieg vor den Toren dieser Städte. Ja, aber ich denke, wir sind ja jetzt schon wieder eine Weile dran hier heute, hatten uns eigentlich auch vorher schon überlegt, dass wir ja hier um 1700 das Ganze beschließen und dem Rest dann nochmal eine eigene Folge widmen, das ist ja auch ein bisschen vermessen jetzt hier, Jahrhunderte Geschichte in eine Folge zu pressen und ja, vermutlich wird uns das alles ja auch noch länger beschäftigen und selbst sollte dieser Krieg irgendwie in den nächsten Tagen beendet werden, ein Waffenstehstand geschlossen werden oder nicht, die Ukraine, wie Schlögl das gesagt hat, wird glaube ich auf unserer mentalen Landkarte jetzt verankert bleiben für lange Zeit, hoffentlich. und ja, ich möchte aber abschließen mit etwas, was gerade virulent ist in den sozialen Medien, denn natürlich wie gesagt schon gibt es eine starke Identifikation in der Ukraine mit diesen Kosaken, die so frei und gleich angeblich gelebt haben, auf jeden Fall natürlich im Vergleich zu dem, wie es sonst in den russischen Regionen zuging unter dem Zaren und es gab während hier noch polnisch-russischer Krieg lief, aber schon Waffenstehstand war, hat Russland sich auch schon mit den Osmanen angelegt und da haben die Kosaken natürlich an der Grenze da unten zur Südukraine als Schwarzmeerküste, die noch tartarisch war und der Krim natürlich eine wichtige Rolle gespielt und ich sprach aber auch davon, es gab ja jetzt zwei Hetmanate, eins, das unter polnischer Oberherrschaft stand und eins eben unter dem Schutz des Zaren und der polnische Hetman, der hat sich mit den Osmanen zusammengetan, in der Hoffnung, dass er von denen dann das ganze Hetmanat bekommt, während natürlich die im Osten dann mit dem Zaren gegen die Osmanen gekämpft haben und ja angeblich hat der türkische Sultan einen Brief geschrieben an die Kosaken, dass sie sich doch bitte, also die rechtsufrigen Kosaken, dass sie sich doch bitte auch unterwerfen sollen, also die sogenannten Saporoscher Kosaken, die hinter den Stromschnellen, wie erinnert euch und das könnt ihr bei Wikipedia dann nachlesen, wenn ihr mal nachschaut, der Artikel lautet die Saporoga Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief. Das ist nämlich der Titel eines wunderbaren Gemäldes meines absoluten Lieblingsmalers Ilya Repin, das ist so realistische Kunst, Ende 19. Jahrhundert, wo Russland natürlich auch wieder Krieg immer noch mit den Osmanen führt und einmal kurz vor Istanbul tatsächlich steht und das ist sicher hiermit ein Anlass für Repin gewesen, dieses Gemälde, monumentales Gemälde zu schaffen, so zweimal dreieinhalb Meter. Das ist das, was ich dir geschickt habe. Also nämlich, erst bekommen die Kosaken einen Brief vom Sultan, den kann ich auch einmal vorlesen, das ist eben so überliefert, ich glaube, der Brief liegt irgendwo rum, dass man sagen könnte, der hat das wirklich so geschrieben, aber so ist es. eben überliefert worden und der Sultan schreibt, ich, Sultan und Herr der Hohen Pforte, Sohn Mohammeds, Bruder der Sonne und des Mondes, Enkel und Stadthalter Gottes auf Erden, Beherrscher der Königreiche Mazedonien, Babylon, Jerusalem, des Großen und Kleinen Ägyptens, König der Könige, Herr der Herren, unvergleichbarer Ritter, unbesiegbarer Feldherr, Hoffnung und Trost der Muslime, Schrecken und großer Beschützer der Christen, Befehle euch, Saporoga-Kosaken, freiwillig und ohne jeglichen Widerstand aufzugeben und mein Reich nicht länger durch eure Überfälle zu stören. Und auf diesem Gemälde, das wir euch natürlich auch verlinken, stellt Rebhin dann eben dar, wie die Kosaken jetzt ihre Antwort verfassen und dabei sehr viel Spaß haben. Und das ist deshalb gerade so virulent, wie gesagt, weil man sich in der Ukraine mit diesen Kosaken natürlich identifiziert, also zumindest die, die, die sagen so national-ukrainisch denken, für die sind die Kosaken natürlich besonders wichtig und wohl schon im Kampf im Donbass ukrainische Soldaten dieses Gemälde nachgestellt haben und dann natürlich eigentlich nicht mehr den Sultan meinten, sondern jetzt auch jemand ganz anderen und es natürlich eins zu eins aber wunderbar passt aus deren Perspektive und ich lese jetzt mal vor, was hier überliefert ist als angebliche Antwort der Kosaken. Und ich weiß, manchmal hören Kinder zu, die dürfen diesen Teil jetzt bitte nicht hören, denn die Kosaken nehmen hier kein Blatt vor den Mund. Also die schreiben, du türkischer Teufel, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels und des leibhaftigen Luzifers Sekretär, was für ein Ritter bist du zum Teufel, wenn du nicht mal mit deinem nackten Arsch einen Egel töten kannst? Was der Teufel scheißt, frisst dein Heer. Du wirst keine Christensöhne unter dir haben. Dein Heer fürchten wir nicht, werden zu Wasser und zu Lande uns mit dir schlagen, gefickt sei deine Mutter. Du Küchenjunge von Babylon, Radmacher von Mazedonien, Ziegenhirt von Alexandria, Bierbrauer von Jerusalem, Sauhalter des großen und kleinen Ägypten, Schwein von Armenien, Tatarischer Geistbock, Verbrecher von Podolien, Henker von Kamenetz und Narr der ganzen Welt und Unterwelt, dazu unseres Gottes Dummkopf, Enkel des leibhaftigen Satans und der Haken unseres Schwanzes, Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund, ungetauftes Stirngefickt sei deine Mutter. So haben wir dieser Poroga geantwortet, Glatzkopf. Du bist nicht einmal geeignet, christliche Schweine zu hüten. Nun müssen wir Schluss machen. Das Datum kennen wir nicht, denn wir haben keinen Kalender. Der Mond ist im Himmel, das Jahr steht im Buch und wir haben den ganzen Tag wie ihr. Deshalb küss unseren Hintern, unterschrieben der Lagerataman Ivan Sirko, mitsamt dem ganzen Lager der Saporoga Kosaken. Das ist die Szene, die da wunderbar auf diesem Bild dargestellt ist und es wäre natürlich toll, eine Überlieferung zu haben, wie der Sultan da reagiert hat, wenn er so einen Brief bekommen hat. Aber das zeigt vor allem das Selbstbewusstsein, das die Kosaken da hatten. Und wenn wir das nächste Mal sprechen, starten wir damit, was davon am Ende übrig geblieben ist. Denn wie gesagt, es gab da ein Missverständnis bei dem Abschluss dieser Vereinbarung zwischen dem Zaren und den Kosaken. Und ja, es gibt ja noch einige Jahrhunderte vor uns. Und darüber würden wir euch gerne erzählen. Wir können ja noch überlegen, ob wir zwischendrin, damit es nicht nur um die Krisenregion, aktuelle Krisenregion Europas geht, dann doch noch mal was Schönes zur Ablenkung senden. Könnt uns ja mal schreiben, was ihr lieber hättet. Sagen, nahtlos weiter mit der ukrainischen Geschichte oder doch noch mal ein bisschen Habsburg dazwischen oder das Mittelalter hätten wir auch noch im Angebot. Überhaupt, wir freuen uns, wenn wir von euch hören, dass wir wissen, wir reden nicht nur miteinander, Solberg und ich, was wir natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, auch wenn es heute nur auf dem Bildschirm ist. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt und kommentiert, was ihr hier von uns gehört habt oder womöglich noch mal Nachfragen habt, weil wir irgendwie zu schnell über irgendwas drüber gegangen sind oder es vielleicht für uns selber heute nicht ganz alles hundertprozentig klar war, was wir da erzählen, dann schreibt uns doch einfach an kontakt at flurfunk minus geschichte de oder bei Twitter oder Facebook oder auf unserer Website einen Kommentar unter dieser Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir von euch hören und werden dann natürlich auch sofort drauf eingehen. Solveig. Daniel. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich ein bisschen wieder, also erstens finde ich es erschreckend, wie wenig ich erinnere von dem, was ich im Studium doch irgendwie schon mal gelernt habe, glaube ich. und andererseits fühle ich mich so ein bisschen wie in einem Grundseminar, wo ich so ein paar Basics wieder aufholen muss und finde es eigentlich aber auch total spannend wieder. Also ich erinnere mich gerade, warum ich das studiert habe. Da ist viel los in dieser Region. Stimmt. Das macht es aber auch ein bisschen unübersichtlich. Ja, tatsächlich auch trotz der sehr traurigen Grundlage oder aus dem sehr traurigen Grund, weshalb wir überhaupt dieses Thema jetzt machen, muss ich sagen, dass es auch doch eben spannend ist, mal Themen zu besprechen, die nicht unbedingt mein Brot sind, sondern sich auch mal in Gebiete einzuarbeiten, den man sich nicht so auskennt und da auch mal den Blick zu erweitern, ist dann auch sehr schön für mich. Das freut mich. Weil ich mit manchen Dingen vielleicht auch ein bisschen durcheinander komme. Ja, da muss man, wir müssen uns deswegen haben wir jetzt auch noch ein bisschen länger gezögert, weil ich dachte, man liest doch noch mal ein bisschen mehr und hat so ein bisschen gedauert, bis diese Folge hier zu hören sein wird. Aber was soll's, wir müssen ja nicht so tun, als wären wir jetzt für alles Spezialisten. Das ist dann eher peinlich für mich. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Historiker, nur Kulturwissenschaftler. Ich muss das nicht alles wissen. Nur so die großen Entwicklungen. Ich bin Papistin. Genau. Aber jetzt öffnen wir auch unseren Horizont und holen sozusagen auch die Gelehrten aus Kiew, die uns mal ein bisschen was beitragen, so wie die Moskauer das damals getan haben. Und wir hoffen, dass euch auch diese Sonderfolge gefallen hat und sind gespannt auf eure Reaktionen und wünschen euch trotz allem ein schönes Wochenende. Denn zumindest für uns, mal gucken, wie schnell ich das online kriege, wir nehmen hier gerade am Samstag auf. Deshalb also, zumindest für dich, Solveig, und für euch das sicher auch. Ein schönes Wochenende und ja, bleibt uns treu. Abonniert uns, ganz wichtig, gebt uns gute Bewertungen, wenn euer Podcast-Anbieter das zulässt, damit uns noch mehr Menschen finden und etwas über Kosaken und Russ lernen und auch bei der nächsten Folge dann dabei sind. Also macht's gut und bis bald. Ciao.